Wir haben einige Side-Hustles gefunden, welche regelmäßig Geld auszahlen und auf denen man einfaches Geld machen kann. Die meisten der Seiten sind absolut kostenlos und benötigen keine Erfahrung, um sie zu nutzen. Bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich. Nummer 1 ist Google Opinion Rewards. Ihr habt sicher gehört, dass ihr Geld machen könnt mit Umfragen. Am Ende bekommt ihr aber doch nur ein paar Euro die Stunde. Die Nutzerbewertungen sagen zumindest laut Bewertung, dass es gut funktionieren soll und kein Scam sein soll. Hinter dieser Seite steht, wie der Name schon sagt, Google. Es gibt bereits sehr kurze Umfragen, die innerhalb weniger Minuten erledigt sind. Zum Beispiel auf dem Weg nach Hause, wenn ihr im Bus sitzt oder am Bahn seid. Es ist super leicht loszulegen, ladet euch einfach die App herunter und meldet euch an. Nach ein paar Fragen über euch werdet ihr von Google benachrichtigt, wenn eine neue Umfrage für euch bereitsteht. Das Geld bekommt ihr direkt auf euer Paypal ausgezahlt. Es gibt nicht die Menge an Extrageld, aber ein paar Euro zusätzlich sind es auf jeden Fall. Wenn ihr sonst nichts mit eurer Zeit anzufangen wisst. 25 Cent bis 20 Euro die Stunde sind drin. Unsere Bewertung eine 3 von 10. Nummer 2 ist Alami. Was wäre, wenn ihr eure Bilder, die ihr auf eurem iPhone oder Android-Gerät aufnehmt, verkaufen könntet? Wie oft fotografiert ihr euch selbst, euer Essen, eure Hobbys oder die Natur? Wir haben heute für euch die Seite Alami. Auf dieser Website könnt ihr eure Fotos und Videos hochladen und kaufen lassen. Kunden können Agenturen, Firmen oder Privatleute sein, denen eure Bilder und Videos gefallen. Wenn wir durch die Kunden scrollen, sehen wir namhafte Firmen wie Netflix, Sony, Red Bull. Aber wie funktioniert das jetzt? Ihr meldet euch einfach im Web oder in der App an. Die App heißt Stokimo, ist aktuell leider nur für iOS verfügbar. Legt euch einen Account an und los geht's. Ihr baut euch beim Portfolio auf mit euren Bildern und wartet einfach, bis Kunden eure Bilder für ihre Projekte, Nachrichten, Webseiten, Bücher, Plakate oder sogar TV-Serien kaufen. Ihr erhaltet hier 50% der Provision an euren verkauften Bildlizenzen bzw. die Nutzung eurer Bilder. Als Student erhaltet ihr sogar 100%. Es werden monatlich über eine Million Euro an die Beiträge ausgezahlt, so heißen die Leute, die dort ihre Bilder posten. Die Zahlung bekommt ihr Anfang des Monats auf euer Konto und die Abrechnung bekommt ihr sogar noch per Mail. Unser Rating ist hier eine gute 7 von 10. Nummer 3. Heute haben wir E-Scooter-Laden. Seit einigen Jahren steigen die Zahlen für E-Scooter in deutschen Städten. Verschiedene Anbieter wie das deutsche Unternehmen Tier, Bolt, Lime und andere konkurrieren. Es gibt in immer mehr deutschen Städten E-Scooter, aber damit, diese auch fahren, müssen diese auch geladen werden. Falls ihr euch jetzt fragt, wie könnt ihr Geld damit machen, werdet ihr zum Beispiel Lime-Juicer, Limetten auspressen. So nennen sich die Leute, die E-Scooter für die Firma Lime aufladen. Ihr könnt euch einfach auf der Seite Lime anmelden und als Lime-Juicer bewerben. Ihr könnt pro aufgeladenen Roller 4-5 Euro verdienen. Ihr sammelt die Scooter ein, ladet sie auf, zum Beispiel auf euer Auto und bringt sie wieder zurück. In der App könnt ihr ganz einfach schauen, wo in eurer Umgebung die Roller mit geringer Ladeanzeige stehen. Effektiver wird das natürlich das Ganze, wenn ihr die Roller mit einem großen Autotransporter einsammelt. So könnt ihr mehr E-Scooter laden, statt jeden einzeln zu bewegen. Ein paar Sachen müsst ihr aber noch beachten. Die E-Scooter müssen 35% oder weniger Ladestand haben und bis mindestens 95% aufgeladen werden. Lime gibt euch außerdem vor, wo ihr die Scooter wieder verteilen müsst. Und außerdem müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Zu den Kosten von den 4-5 Euro müsst ihr natürlich noch den Strom abziehen. Aber es bleiben euch am Ende bestimmt 3,80 bis 4,50 Euro pro geladenen Roller übrig. Es ist kein Job, mit dem man schnell erreicht wird, aber auf jeden Fall ein netter Nebenverdienst. Unsere Bewertung hier eine 5 von 10. Nummer 4 ist Mystery Shopper in Deutschland. Ein Mystery Shopper ist nichts anderes als ein Testkäufer. Es gibt viele Unternehmen und vor allem im Einzelhandel. Man kann auch im Restaurant, Bank, Klamottenläden oder im Internet per E-Mail oder Telefonkontakt einkaufen. Unternehmen wollen ihren eigenen Service oder Dienstleistungen damit überprüfen. Sie verhalten sich als ganz normaler Kunde. Im Internet sind viele Stellen, Angebote als Mystery Shopper zu finden. Je Schwierigkeitsgrad und Komplexität des Einsatzes wird zwischen 10 und 50 Euro angegeben. Das ist kein Vollzeitjob, aber als Seithassel auf jeden Fall ein guter Nebenverdienst. Hierfür auch von uns eine gute 5 von 10. Nummer 5 ist Scriby. Scriby ist eine Transkriptionswebseite. Ihr bekommt Audiodateien und bringt diese in Textform durch Abtippen. Keine Sorge, ihr müsst nicht alles 100% abtippen. Ihr bekommt auch ein Programm an die Hand, was vieles vorschreibt. Auf Korrektheit müsst ihr das natürlich dann noch zusätzlich prüfen. Starten könnt ihr einfach, indem ihr euch registriert und los geht's. Ihr braucht nur einen PC und eine Internetverbindung. Auf der Internetseite ist angegeben, dass ihr zwischen 5 Euro bis 20 Euro pro Audio-Stunde erhaltet. Die Bezahlung bekommt ihr direkt auf eurem PayPal-Account. Als sechstes Seithassel haben wir Fiverr. Fiverr ist ein Freelancer-Netzwerk, wo gesucht und gefunden werden kann. Hier kann man alle möglichen Jobs anbieten, von skurrilen Auftritten bis hin zu klaren Dienstleistungen. Man kann auch seriöse Fähigkeiten anbieten wie Kunst, Thumbnails, Übersetzungen und so weiter. Auch die Verdienstmöglichkeiten variieren je eurer Erfahrung, Feedback und Skills. Starten könnt ihr ganz einfach auf der Webseite oder per App. Anschließend registriert ihr euch einfach. Das geht direkt mit Apple, Facebook, Google oder per Mail. Und das Geld, was ihr hier verdient, könnt ihr euch direkt auf euer PayPal-Konto auszahlen. Die Verdienstmöglichkeiten bei Fiverr starten ab 5 Euro, je nachdem wie viel ihr verlangen könnt und was ihr anbieten könnt. Wenn ihr zum Beispiel einfache Tätigkeiten wie Transkription, Übersetzung oder sowas anbietet. Aber je besser eure Fähigkeiten und je mehr die Leute dafür bezahlen wollen, können das auch mal schnell 1, 200, 300 oder sogar 400 Euro sein. Zum Beispiel, wenn ihr mehrere Stunden für professionelle Fotoshootings anbietet mit Bildbereitstellung, Bildbearbeitung und so weiter. Also, nach oben händest du hier keine Grenze gesetzt. Für Fiverr haben wir heute eine grandiose 9 von 10. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.